Die Schweizer Nati stolpert gegen Belarus zu einem 3-zu-3-Unentschieden und hat dabei noch Glück. Trainer Morat Jakin übt Kritik an seiner Defensive. Die Schweizer Nati entgeht vor heimischer Kulisse im Kübunpark von St. Gallen nur knapp einer Blamage gegen Belarus. Dank zweier später Treffer rettet die Nati noch ein 3-zu-3-Remis, bis zur 88. Minute lag man gegen den Aussenseiter zu Hause mit 1-zu-3 im Rückstand, dann trafen Manuel Akanje und Seke Amduni zur Rettung. Trainer Morat Jakin gibt sich nach dem knappen Heimremis ernüchtert. Wie erwartet ein Spiel, in dem wir dominant aufgetreten sind, bilanziert der Nati-Coach. Die 1-zu-Null-Führung durch das Traumtor von Kerdan Shakiri sei verdient gewesen. Danach habe man es aber verpasst, den Vorsprung auszubauen. Den größten Kritikpunkt sieht Jakin in der Abwehr, die bei allen drei Gegentreffern nicht gut aussieht. Wir haben in der zweiten Halbzeit defensiv nicht mehr die präventive Arbeit gemacht, so Jakin. Hinten waren wir nicht mehr sauber organisiert. Wir waren wieder ein bisschen zu sicher, wie in den letzten Spielen. Jakin betont aber auch, dass der Leistungseinbruch dem hohen Laufpensum geschuldet gewesen sei. Wenn du 60 Minuten lang offensiv dominierst, dann läufst du ja nicht weniger. Vor allem in den Umschaltphasen musst du hohe Intensität auf den Platz bringen, damit der Gegner nicht zu kontern kommt. Das ist sehr laufintensiv. Die Defensive sei sicher nicht zufriedenstellend gewesen, gibt Jakin zu. Allerdings müsse man sich in einer Qualifikationsgruppe wie dieser eben auf die Offensive konzentrieren. Defensiv muss man sich gegen diese Mannschaften nicht vorbereiten, offensiv viel mehr. Wir hatten Lösungen dafür, wir haben sie nicht effizient ausgenutzt. Durch den Sieg von Rumänien gegen Andorra hat die Schweizer Nati die Tabellenführung verloren. Dass die Gruppe mit Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus und Andorra kein Selbstlöfer wird, habe Jakin schon vorher gewusst. Zehn Spiele, zehn Siege, das war nie mein Motto. Wir müssen bis zum letzten Spiel durch, dafür sind wir auch bereit, so Jakin. Für die verbleibenden Spiele gegen Kosovo, Rumänien und potenziell noch Israel müsse man hochkonzentriert sein, so Jakin. Du darfst nicht zu fahrlässig mit den Chancen umgehen. Ich denke, es werden ganz andere Spiele. Wir werden sicher auch die Defensive anschauen, aber unsere Mannschaft funktioniert. Wir werden sicher auch die Fähigkeiten mit den Chancen umgehen.